Hallo Menschen und herzlich willkommen, wir sind das Survivor wieder hier und weiter geht's auf Customs mit Klaus, Benji, Beutel und mit mir. Ich musste die Quest Bad Rap Evidence auf Customs erledigen, also wo man in dieses Bankhaus musste, in diesen Arbeitercontainer. Ja und es gab auch wieder einen Unfall und meine Lieblingsworte fielen und zwar lauten die, ich dachte. Wenn auch folgende Redensart noch Gültigkeit hat, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, so ist dies doch auf Tarkov nicht angebracht. Da heißt es nur noch, Reden ist Gold, alles andere ist Mist. Gut, zum Thema Kommunikation habe ich irgendwann nochmal ein Video bereit für euch, das läuft in der Zeitabfolge, kommt das aber erst ein bisschen später, wo ich eskaliere und ja. Aber bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, zieht es euch rein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und ja, viel Spaß mit dem Video, wir sehen uns, bis dahin, tschüssi. Achso, Klaus, gibst du mal den Schlüssel? Ihr könnt ja schon rüber rennen. Ja, äh, leg mal was ab. Ich habe Angst, wenn ich den jetzt... Ja, ja. Äh, da. Merci. Oh, da schnauft er schon wieder, der Junge. AC war ja in die Sanitasche hier, ne? Ja. So, ich renne da immer wieder rein, ich glaube, hier drin ist auch kein CSB, ne? Ne, da drin nicht, aber dahinter. Echt? Warte, Benji, ich renne ich eine Kinder zur Kiste. Das geht schon weiter, das ist eine, eine Muscle Break. Mündungswitze, ähm. Ja, das ist ja PwC, PwS. Das ist gut. Das kommt. Machst du mal im Gebüsch. Also, den hast du doch oben auf deiner, auf deiner, äh, auf deiner... RBK. RBK, genau. Ich höre Schritte draußen, aber es könnten auch die anderen Kasper sein. Ne, wir bewegen uns nicht. Ne, wir sind es nicht. Wir sind in der blauen Hütte. Ach. Wicht Richtung? Rechts von uns. In der welche Richtung guckst du? Garantiert Shortcut. Also hier, äh, hinter der Halle quasi. Hier jetzt links. Okay. Guckt ihr zum Loch, zum Durchbruch? Ich jetzt ja. Na, Matze, die können auch bei uns hier durchkommen, durch den Durchbruch hier vorne, ne? Ja. Herr Beutel, wir müssen nicht die Heile rauskriegen, ne? Macht keinen Scheiß. Ja, wenn ihr nicht euren Kumpels Bescheid sagt... Bescheiß, 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 bescheiß. Oder? Ich sehe auch noch nichts. Wollte was denkst, da hinten raus ist besser, oder? Wollte nicht zu uns kommen? Ja, wo seid ihr? An der blauen Hütte immer noch. Vor dem Eingang. Da, wo ihr reingekommen seid, ja? Alles klar. Und dann machen wir den gleichen Törn hinter dem Zug her. Mhm. Wir gehören euch. Also, Lute-Tumpen hat gerade jemanden im Granat-Luncher bedient, ne? Geben wir auf jeden Fall nicht lang. Nee, wir müssen ja auch sowieso bei den Dings vorbei, wo Matze rein muss. Also, im Prinzip die selbe Runde wie vor uns, genau. Ja, genau. Achso, wo muss ich da eigentlich gucken, Klaus, dann? Auf dem Tisch liegt das, auf dem Bürotisch. Wenn du ein kommst, direkt rechts. Okay, cool. Das rufen wir in der Waffenkiste, die ist nochmal qualifizend. Oh, links ist was gelaufen. Links, Leute. Nicht, dass Benji ist, weil einer fehlt von uns. Nee, ein, es war, es war. Hey, es ist Kev, ich bin da unten am Versteck. Okay. Ich komme jetzt hoch. Da, wo die Bushaltestelle ist. Ja. Ich bin zwischendurch. Ja, steht ein Kev. Wohin am Zucker. Schönen links. Links, Minus. Er hat unten schon eingesteckt, der Junge. Oh, oben, oben, oben. Das ist Kev, Schatzwert. Nee, der ist oben. Oder ein drüben Render. Oder ist das einer von uns? Ja, ich bin da, ich bin da. Ey, vorsichtig. Ist das Kev noch oben? Nee, das ist super klar. Das ist oben, das ist oben. Das ist oben an dem Sandkästen. Ja, ich bin da. Klaus, sorry. Ey, oder? Teamkill. Ja. Heute, du bist oben, du bist oben? Ich bin oben, ich bin oben. Ich bin oben. Da ist das Kev irgendwo. Das tut. Okay, gut, super. Aber Teamkill ist noch so was heiß. Klaus, ich dachte, wir sind alle zusammen. Du kamst straight von vorne rechts gelaufen. Ja, da, wo wir vorher gestanden haben. Nee. Ja. Nee. Du kamst von vorne rechts. Und nicht von hinten rechts. Ja, wir sind weiter gelaufen. Ihr seid links und ich bin da auf der Straße, auf der Höhe weiter gelaufen, wo wir vorher waren. Damit der Matze ist, äh, Klaus zeig mit. Sorry. Nee, da war eh jemand in der Zeit. Alles gut. Beutel, du hast Klaus vertrieben. Ich hoffe, du kannst heute Nacht nicht schlafen. Ich bin noch im Schaum. Beutel, rennst du? Nee. Nein. Nein. Der ist außerhalb. Wie läuft, wie läuft. Wo? Hat die Kastangst? Ah. Mensch, wie bist du das? Und doch, der Sie? Oh, ja. Das ist jetzt dein Sieg. Oh, der Sieg. 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 Ja, als Truppe am Anfang. Jo, jo, jo. Beutel, lebst du noch? Ja. Gut. Sorry, ich habe das zu Unrecht zum Teankiller. Äh, verdächtigt. Ey, wir müssen aber echt besser miteinander sprechen. Ja. Wirklich. Ich, äh. Ja, das stimmt. Ja, das ist sorry. Ich wollte jetzt halt einfach Klaus Zeug in die Ecke holen. Ja, aber dann sag, dass du hier irgendwo am Zaun hinter dem blauen Container bist. Ich, äh, übe ins Matze. Ich bin am Zaun hinter dem blauen Container. Du blieb, blopp, ich liege neben dir. Auf der Erde. Hm. Ich loote den Typen, den kannst du dann auch noch abziehen. Was legt er denn? Ey, warte mal, ich habe gar keine Bodyarmor. Alter. Mensch, ich habe gerade einen Penkeler geschluckt. Hast du keine mit reingenommen oder hast du die weggeschmissen? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nee, ich habe, ich habe eine jetzt. Ich habe eine von euch genommen. Ja. Oder von, ja. Ich habe deine, Benji. Alles gut. Wo musst du hin, Matze? Hier durch. Ich muss hier in den Kapuf, wo Klaus vorhin war. Da oben. Oh, erregender, wie hat sich denn? Ah! Ah! Was ist denn jetzt? Was ist los? Spieler von hinten. Ah, scheiße! Ich hole mir die Sau. Wo bist du, Beutel? Bist du gerade über Metall? Ich bin an dem Container. Container, Container, Container. Okay. Der Typ ist links irgendwo. Scheiße. Ich sehe dich am Container, Beutel. Ja, muss irgendwo links sein. Bist du durchs Gebüsch? Ja. Okay, warte, schau mal in der Granate. Ich würde mal hochgucken, dass ich ihn vielleicht von oben erwische. Läufst du? Ja. Hast du dein Ding erledigt da oben? Nee, ich wollte erst dir ein bisschen bei dir Rückendeckung geben. Dann laufe ich mal schnell hoch, Hauptsache, da knallt mich ab. Ja, mach mal, mach mal. Ich gebe dir hier auch irgendwie Deckung. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Ich komme wieder runter, Beute. Ja. So, meinen Rucksack noch aufheben. So, dann können wir weiter. Und dir? Ja. Das kräft. Das kräft knall ich ab. Hoffe ich. Ja. Ich sehe ihn ja auch noch. Okay, da ist ein Arsch. Ja, das ist egal, wir sind eh voll. Es geht ums Trinken. Ach so. Ja, wir sind gleich draußen, Freude. Nein, da ist nix drin. Wir sind gleich draußen. So, warte, wollen wir kurz aufladen. Okay. Du kannst schon vorgehen, wenn du möchtest. Du kannst schon mal die Tür öffnen und runtergehen. Ich komme dann hinterher ran. So, jetzt. Tür ist offen. Okay. Es ist frei. Alter, der ist hier. Ich stelle. Amicia. Stau. Oder. ix.